Josef Franz Maria Hoffmann war ein österreichischer Architekt und Designer. Mit Koloman Moser war er Gründungsmitglied und einer der Hauptvertreter der Wiener Werkstätte. Leben Der Sohn aus begütertem Haus sollte ursprünglich auf Wunsch seines Vaters Jurist werden, fühlte sich aber mehr zur Technik hingezogen. Worauf ihn die verständnisvollen Eltern auf die Staatsgewerbeschule in Brünn schickten, von wo er hervorragende Noten heimbrachte. Hiernach arbeitete er beim Militärbauamt in Würzburg. Danach studierte er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Karl von Hasenauer und Otto Wagner. In Wagners Büro lernte er Josef Maria Olbrich kennen, mit dem er 1897 die Wiener Sezession gründete, eine Künstlervereinigung, die er 1905 mit Gustav Klimt und anderen wieder verließ. Zu seinen auf einfachen kubischen Formen basierenden frühen architektonischen Arbeiten hatte er wohl erste Anregungen in Süditalien erhalten, da er zum Abschluss seines Architekturstudiums mit dem Priderum der Akademie geehrt worden war und ein Jahr lang in Italien lebte. Hier hatten ihn die kubischen Häuser mit ihren flachen Dächern und glatten Fassaden sehr beeindruckt. Mit dem Bankier Fritz Werndörfer und dem Maler Koloman Moser gründete er 1903 die Wiener Werkstätte, für die er viele Produkte entwarf. Ab 1899 war er Lehrer an der Wiener Kunstgewerbeschule. Hoffmann war Mitglied der Freimaurer Lodge die Treue. 1906 baute er sein erstes größeres Werk, das Sanatorium in Purkersdorf. Durch Kontakte mit Adolfi Stokele, der im Aufsichtsrat der Austro-Belgischen Eisenbahngesellschaft saß, die in Österreich die Aspangbahn betrieb. Entstand von 1905 bis 1911 als Hauptkunstwerk des Wiener Sezessionismus in Brüssel das Palais Stokele mit dem von Gustav Klimt entworfenen Stokele Fries. Seit Ende Juni 2009 gehört das Bauwerk zum UNESCO-Welterbe. 1907 war Hoffmann Mitbegründer des Deutschen Werkbundes 1912 des Österreichischen Werkbundes. In der Folge wurde sein Stil immer nüchterner, wobei er sich zunehmend auf Zweckbauten beschränkte. Aus einer grundsätzlich apolitischen Natur heraus begrüßte Hoffmann 1938 den Anschluss Österreichs an NS-Deutschland nicht rassenideologisch, sondern weil er sich vom neuen Regime wirtschaftlichen Aufschwung und die Belebung seiner Architekturpraxis versprach. Obwohl er selbst als degenerierter dekorativer Künstler vom NS-Architektur-Ideologen Paul Schmidhenner diffamiert und marginalisiert wurde, hatten Machthaber der Zeit Interesse, Hoffmann in seiner Bekanntheit zu instrumentalisieren. Wenngleich die resultierenden Entwürfe Symbole der Diktatur durchaus beinhalteten, schloss er sich künstlerisch dennoch nicht der offiziellen NS-Ästhetik an. Nach seinen Plänen wurde von 1938 bis 1945 die Kasekundenbotschaftspalais der Deutschen Botschaft am Wiener Rennweg umgebaut und das Gebäude als Außenstelle des Auswärtigen Amtes sowie als Haus der Wehrmacht und Offiziersheim genutzt. 1957-1958 wurde es aufgrund schwerer Bombenschäden abgerissen. Eine nach Hoffmanns Entwurf 1940-1942 gefertigte Silberkanne trägt als Ornament Eichenlaub, Schwerter und Hakenkreuz. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Hoffmann verschiedene offizielle Aufgaben, wie die als österreichischer Generalkommissar bei der Biennale in Venedig und die Mitgliedschaft im österreichischen Kunstsenat. 1950 gründete er gemeinsam mit Albert Paris Gütersloh die Föderation moderner bildender Künstler Österreichs. Hoffmann war zweimal verheiratet. 1903 heiratete er Anna Heladig und hatte mit ihr den Sohn Wolfgang, der ebenfalls Architekt wurde. Die Ehe wurde 1922 geschieden. 1925 heiratete er Carla Schmatz, die zuvor meine Käng bei der Wiener Werkstätte war. Als Witwe vertraute Carla Hoffmann den Wittmann-Möbelwerkstätten die Rechte für die Entwürfe ihres Ehemannes an. Wittmann begann in den 1970er Jahren Hoffmann-Möbel zu reproduzieren, darunter Modelle wie Fledermaus, Porkasdorf, Hauskuller, Armlöffel und den berühmten Kubus. Hoffmanns Lampenentwürfe werden mit einer Lizenz der Josef-Hoffmann-Stiftung seit den 1970er Jahren von der Wiener Firma WOKA in Handarbeit hergestellt. Die österreichische Post widmete ihm 2007 eine Sondermarke, ein Detail aus der von Josef Hoffmann im Jahre 1916 entworfenen Halskette. Das Schmuckstück befindet sich heute im Bestand des Museums für Angewandte Kunst, MAK Wien. Im Jahre 1987 veranstaltete das MAK über Josef Hoffmann eine Ausstellung mit dem Titel Josef Hoffmann Ornament zwischen Hoffnung und Verbrechen. Nach einer MAK-Ausstellung über Josef Hoffmann im Jahre 1992 in dessen Geburtshaus in BRT Neis Pirnitz in der Tschechischen Republik wurden die Kontakte zur Meerischen Galerie Brünn intensiviert. Seit 2006 führen beide Institutionen das Gebäude in gleichberechtigtem Verhältnis als die gemeinsame Außenstelle Josef Hoffmann Museum. Das Museum präsentiert eine Dauersammlung und zusätzlich werden wechselnde Ausstellungen zu Josef Hoffmann und seinen Zeitgenossen organisiert. Das MAK Wien unterhält eine große Sammlung von Werken der Wiener Werkstätte und somit auch von Josef Hoffmann. Ein Teil der Werke Josef Hoffmanns ist auf MAK-Sammlung online öffentlich zugänglich. Hoffmann wohnte längere Zeit in der Schleifmühlgasse 3 im I.V. Bezirk 1939 zog er um in eine Wohnung in der Salesianer Gasse 33 nahe dem unteren Belvedere. Dort starb er am 7. Mai 1956. Zwei Tage später schrieb die Sozialdemokratische Arbeiterzeitung. Der letzte noch lebende Mitbegründer der Wiener Sezession sei dahin gegangen, er habe das österreichische Kunstgewerbe ebenso revolutioniert wie die Architektur. Architektur Hoffmann habe noch wenige Wochen vor seinem Tod bei der Auswahl der österreichischen Kunstwerke für die heurige Biennale in Venedig mitgewirkt. Die Architekturklasse an der Akademie für angewandte Kunst habe er fast vier Jahrzehnte lang geleitet. Sein Lebenswerk sei bereits jetzt in die Geschichte der Kunst unseres Jahrhunderts eingegangen. Die Stadt Wien widmete ihm ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Den Grabstein hatte Fritz Wurtruba geschaffen. In Purkersdorf ist die Josef-Hoffmann-Gasse nach ihm benannt. Auszeichnungen und Ehrungen 1950 Großer österreichischer Staatspreis für Architektur 1951 Ehrendoktorat der Technischen Hochschule Wien Ehrendoktor der Technischen Hochschule Dresden Ausstellungen 1987 Josef Hoffmann Ornament zwischen Hoffnung und Verbrechen 1992 Der barocke Hoffmann 1992 Josef Hoffmann Designs 2005 Josef Hoffmann Ein unaufhörlicher Prozess 2006 Josef Hoffmann Carlos Capa Das Sublime in der Architektur 2007 Josef Hoffmann Adolf Loss Ornament und Tradition 2008 Josef Hoffmann Donald Judd Hypothese 2009 Josef Hoffmann Inspirations 2010 Rewriting the Space Dorit Mark Reiter Josef Hoffmann 2010 Josef Hoffmann Ein unaufhörlicher Prozess Entwürfe vom Jugendstil zur Moderne 2011 Josef Hoffmann Oswald Oberhuber Allgestaltung und Entwurf 2011 2011 12. Pioniere der Moderne Gustav Klimt Josef Hoffmann Schloss Belvedere Wien Werk Bauten 1899 Umbau und Einrichtung des Landhauses Paul Wittgenstein Senn 1899 Geschäftslokal der Apollo Kerzen 19. Ambrustergasse 22 1905 bis 1906 Haus Bier Hofmann in Wien 18. Hasenauer Straße 59 1905 1906 bis 1907 Wohnhaus für Helene Hochstetter in Wien 19. Steinfeldgasse 7 1907 Verkaufslokal der Wiener Werkstätte in Wien Erste Graben 15 1908 Geschäftsportal der K.K. Hof- und Staatsdruckerei in Wien Erste Seilerstätte 24 1908 Eingangsgebäude und Gesamtplanung der Kunstschau in Wien Dritte Heumarkt Um 1909 Umbau und Einrichtung der Villa für Professor 1911 Österreichischer Pavillon der Kunstschau 1911 in Rom 1912 Graben Kaffeehaus in Wien Erste Graben 29 A 1912 bis 1914 Portal und Direktionsräume des Stahlwerks Paul die Hütte in Wien Dritte Invalidenstraße 5 bis 7 1913 Krankenhaus der Bosnischen Elektrizitäts H.G. in Jaitze 1913 bis 1914 Zweigfabrik der Pelikanwerke Günther Wagner in Wien Zehnte Laxenburger Straße 1914 Landhaus für Otto Prima Visi in Wien-Kelzdorf-Mehren 1914 Österreichischer Pavillon bei der Kölner Werkbund-Ausstellung in Köln 1914 bis 1917 Fabrikanlage der Wacker Chemiewerke in Burghausen 1917 bis 1918 Geschäftslokal der Wiener Werkstätte in Wien Erste Kärntner Straße Kärntner Straße 32 1919 bis 1922 Wohnhaus für Berl in Brunntal 1920 bis 1921 Wohnhaus für Fritz Grohmann in Würbenthal 1922 bis 1924 Geschäftsportal und Einrichtung der Kunsthandlung Neberhai in Wien Erste Kärntner Ring 7 1924 Landhaus Ast in Auen am Wörthersee Waldpromenade 35 bis 36 Wohnhausanlage der Gemeinde Wien Wienerskihof Wien 20. Stromstraße 36 bis 38 Stiegen 1 bis 14 26 27 Villagretel Niederösterreich Gas am Kamp Niederösterreich Weisergasse 16 1925 Österreichischer Pavillon bei der Exposition des Arts Decoration 1925 in Paris 1928 bis 1929 Wohnhaus für Isidor Diamant in Klausenburg Siebenbürgen Straße 1928 bis 1929 Bürogebäude der Industria Samelis A. in Klausenburg 1932 Prototyp Wachsendes Haus auf der Wiener Frühjahrsmesse 1932 in Wien 1934 Österreichischer Pavillon bei der Biennale in Venedig 1939 bis 1940 Umbau der ehemaligen deutschen Botschaft zum Haus der Wehrmacht in Wien Dritte Metternichgasse 3 1940 bis 1941 Geschäftsräume der Porzellanmanufaktur Meissen in Wien Erste Kärntner Ring 14 1898 Viribus Unitis Raum auf der Kaiserjubiläumsausstellung in Wien Rotundengelände 1900 Ausstellungsräume der Wiener Kunstgewerbeschule und der Sezession auf der Weltausstellung Paris 1900 in Paris Champs-de-Mars 1901 1901 Wohnungseinrichtung für Helene Hochstetter in Wien 1902 Wohnungseinrichtung für Doktor 1902 Räume der Wiener Sezession und der Kunstgewerbeschule Wien auf der rheinisch-westfälischen Industrie- und Gewerbeausstellung in Düsseldorf 1904 Ausstellungsräume der Sezession auf der Weltausstellung St. Louis 1904 in St. Louis 1904 Modesallo für Emilie Flöge in Wien 6 Maria-Hilfer-Straße 1c 1904 Beteiligung an der Kunstgewerbeausstellung in Berlin 1906 Wohnungseinrichtung für Doktor 1907 Ausstellungsräume für Gustav Klimt und die Wiener Werkstätte auf der Internationalen Kunst- und Großen Gartenbauausstellung in Mannheim 1908 Ausstellungsräume der Wiener Werkstätte auf der Kunstschau Wien 1908 in Wien auf dem Gelände des heutigen Wiener Konzerthauses 1909 Österreichischer Raum auf der 10 Internationalen Kunstausstellung in München 1911 Beteiligung an der Kunstausstellung in Rom 1913 Österreichische Abteilung auf der Kunstausstellung in Dresden 1916 bis 1917 Wohnungseinrichtung für Paul Wittgenstein-Senn 1917 Ausstellungsgestaltung in Stockholm 1920 Beteiligung an der Kunstschau 1920 in Wien 1923 Beteiligung an der Architekturausstellung der Kunstgewerbeschule Wien 1927 Beteiligung an der Kunstschau 1927 in Wien 1927 Musterwohnung Wien und die Wiener in Wien 1930 Ausstellung des Österreichischen Werkbundes in Wien 1934 Jubiläumsausstellung des Kunstgewerbevereins in Wien 1934 Saal des Kunstgewerbes auf der Österreich Ausstellung in London 1937 Beteiligung an der Weltfachausstellung Paris 1937 1937 Champ de Maas 1937 Raumgestaltungen für das Casino in Baden 1937 bis 1939 Einrichtung des Verlags- und Druckereigebäudes Schroll in Wien 5 Arbeitergasse 1 bis 7 Spengergasse 1938 Haus der Mode im Palais Lobkowitz in Wien 1 Lobkowitzplatz 2 sowie weitere Wohnungseinrichtungen Ausstellungsgestaltungen Einrichtungen von Geschäften und Lokalen Buch- und Zeitschriften Illustrationen Zahlreiche Entwürfe für Möbel, Tapeten, Lampen, Ziergegenstände Schmucki TC Eine 1908 von Josef Hoffmann für die Wiener Werkstätte entworfene Brusche konnte 2015 vom Wiener Auktionshaus im Kinski um 529.200 Euro zugeschlagen werden